Moin Moin und willkommen zum nächsten Video. Damit es nicht wieder so eine GoodLook Massaker wird, mit etlichen GoodLook Videos hintereinander, befassen wir uns heute mal mit dem Thema Samsung Health. Das heißt in dem Video werden wir uns die Samsung Health App einfach mal ein bisschen genauer angucken, was man hier noch nachgucken kann und welche Einstellungsmöglichkeiten man bzw. welche Gesundheitsdaten wir abrufen können und die monatlichen Challenges werden wir uns auch mal kurz ansehen. Tag auf der Startseite. Wenn man die App startet, landet man auf der Home Seite. Da haben wir verschiedene, da geht es eigentlich primär um die Gesundheitsdaten, die wir abfragen können, das heißt wir haben ganz oben links die tägliche Aktivität auf die wir draufklicken können und da sehen wir das tägliche Schrittziel, wie weit wir da schon sind, die aktive Zeit, also wie viel lange man aktiv gelaufen ist oder sich aktiv beschäftigt hat, so Sport getrieben hat bzw. sich bewegt hat und eben das Tagesziel für die Kalorien. Die Werte lassen sich natürlich anpassen, vor allem das tägliche Schrittziel lässt sich natürlich frei konfigurieren. Oben kann man nochmal durchwischen, um sich dann die Ergebnisse der letzten Wochen anzugucken. Und ansonsten die Videos hier unten erklärt werden, das gucken wir uns dann im eigenen Bereich nochmal an. Da gibt es einen eigenen Bereich für. Und da kann man hier pro Stunde nochmal gucken, in welcher Stunde, in welchem Stundenabschnitt, also in welcher halben Stunde, wie viele Schritte gelaufen ist. Das heißt, hier hat man nochmal einen guten Überblick darüber, in welcher Zeit man wie aktiv war. Nebendran haben wir die Schritte selbst, das heißt dann sehen wir einfach nur die Schritte nochmal, dediziert nur die Schritte und nicht die Aktivität und Kalorienverbrauch dazu. Mit einem rückwärts zu allen Tagen, die man so aufgezeichnet hat, kann man auch oben hier noch auf diese Striche drücken, auf diesen Balkendiagramm gucken. Da kann man sich das für die letzten sieben Tage für das letzte Jahr oder für den letzten Monat anzeigen lassen, um das dann eben einen guten Überblick zu haben. Und oben sieht man dann mal einen guten Durchschnitt, was man durchschnittlich im letzten Monat gelaufen ist. Das werden wir jetzt knapp 10.000 Schritte, durchschnittlich 8 Kilometer am Tag und das kann man auch für das Jahr machen, da war sogar noch ein kleines bisschen mehr. Das heißt, ich habe auch Durchschnittswerte für die festen Zeiträume, die man hier oben definiert und für die letzten sieben Tage, da war es ein bisschen weniger. Das heißt, hier hat man einen guten Überblick über die gelaufenen Schritte. Das gleiche haben wir auch noch für den Puls. Sieht ähnlich aus, oben ein Diagramm beziehungsweise ein Diagramm für die letzten Tage und da können wir wieder über die Striche dann über die Monats- und Jahressicht gehen. Hier sehen wir dann diesen dunkel-orangenen Bereich, ist der mittlere, rohe Bereich, in dem ich mich so durchschnittlich bewege. Deswegen ist der so als Balken hinterlegt. Und ansonsten sieht man eben, wie links jetzt das Maximum und das Minimum, was an dem Tag erreicht wurde. Bei mir habe ich die Watch so eingestellt, dass die alle 10 bzw. alle 20 Minuten automatisch eben den Puls mal mitmisst und dann wieder so einen Punkt hier quasi setzt, damit ich eben immer mal halbwegs aktuelle Daten habe. Das ganze lässt sich dann auch über das Stresslevel lässt sich auch messen. Das mache ich ja relativ selten. Habe ich jetzt gestern Abend nochmal gemacht, damit ein aktueller Wert drin ist. Diese Werte können natürlich nur getrackt werden, wenn man eine Watch hat oder ein anderes Gesundheitsgerät, was das messen kann. Mit dem Handy selbst geht das natürlich nicht. Das heißt, diese ganzen Features sind natürlich nur für Leute interessant, die auch irgendeinen Smartwatch haben und die ganzen Sachen überhaupt tracken können. Detailliertere Informationen kriegen wir dann auch, wenn wir einen Workout gemacht haben. Wenn ich jetzt gestern mal das Laufband-Workout von gestern nehme, dann sehen wir hier einerseits ein größeres Diagramm, was über den gesamten Zeitraum des Trainings dann festzeichnet, wie hoch der Puls bzw. die BPM, also die Beats per Minute, der Herzschlag lässt sich wahr. Während eines Workouts misst dann natürlich kontinuierlich, nicht nur alle 10 Minuten. Dementsprechend sieht man hier den ziemlich genauen aktuellen Graph. Weiter unten gibt es noch ein paar Workout-Details, die Dauer und eben die durchschnittliche Herzfrequenz und der durchschnittlichen Schläge pro Minute. Interessante Teil ist aber hier meistens für mich noch die unteren beiden Sachen. Da haben wir einerseits den Pulsbereich und den Erholungspuls. Wenn einem das immer nicht sagt, was das da dargestellt ist, dann kann man immer auf dieses kleine I hier oben drücken. Dann geht eine kleine Infoseite, dann kriegt man das alles nochmal im Detail erklärt, was genau jetzt hier dargestellt ist. Hier sieht man letztlich einfach nur, dieser Erholungspuls beginnt, wenn das Training beendet, also der Workout beendet wird und zeichnet dann für die nächsten zwei Minuten, also die 120 steht nicht für Stunden oder Minuten, sondern nicht tatsächlich für Sekunden. Zeichnet da quasi genau auf, wie schnell sich der Herzschlag dann wieder in den ersten zwei Minuten reduziert. Und also von knapp 160 auf knapp 110 in zwei Minuten runter. Und im linken Teil haben wir noch den Pulsbereich, also in welchem Bereich wir uns bewegt haben. Gerade hier finde ich das I natürlich wichtig, weil einem das im Durchschnitt nicht sagen wird. Und hier hat man nochmal eine detaillierte Infoseite, welcher Pulsbereich, also wie viele Beats vermindert, zu welchem Pulsbereich zählen. Und was genau der Pulsbereich bewirkt und wie lange man sich daran aufhalten sollte. Also so ein bisschen zu gucken, ob man vielleicht überanstrengend hat im Training, ob man es übertrieben hat. Wenn man die permanente Zeit hier in Zone 5, also im Maximum hängt, steht, dass man es nur ein bis zwei Minuten machen soll, dann sollte man das Training vielleicht ein kleines bisschen runterfahren. Geschwindigkeit auf dem Laufbahn zum Beispiel ein bisschen drosseln, weil man dann ein bisschen es übertrieben hat. Das heißt, mit diesem Pulsbereich kann man eigentlich gucken, ob man das Training, ob die Geschwindigkeit, die man läuft, optimal ist oder ob man vielleicht zu schnell oder zu langsam läuft. Dann kann man das durch den Pulsbereich letztlich nur ein bisschen anpassen, dass man da eben die idealen Ergebnisse erzielt. Und das gibt es natürlich für jegliches Workout, das man aufzeichnet, diese Detailseiten. Dann können wir jetzt Essen festhalten, also was wir gegessen haben, um die Kalorien zu zählen. Das mache ich persönlich jetzt nicht. Dann können wir den Schlaf noch festhalten, wie lange wir geschlafen haben, die Körperzusammensetzung festhalten. Da gehe ich jetzt nicht im Detail weiter rein. Hier sieht es einmal aus, wie die anderen Sachen auch ausgesehen haben vom Puls. Mal die Rückblicke über die letzten Tage und das kann man eben auch für das ganze Jahr anzeigen lassen. Dann eine Zykluserfassung, für mich ist es uninteressant. Für die Frauen, beziehungsweise meine 2% weiblichen Zuschauer, hier gibt es die Zykluserfassung. Hier kann man dann eben, um keine eigene App nutzen zu müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die ist, ob die gut vorhersagt, keine Ahnung. Das kann ich in der Stelle nicht testen. Gibt es jedenfalls auch. Und dann kann man eben auch den Blutsauerstoff messen. Habe ich auch gestern Abend mal einen aktuellen Wert gemacht. Und genau. Das sind so die wichtigsten Gesundheitsdaten im Home-Bereich. Dann haben wir den Community-Bereich, den ich schon angesprochen hatte. Hier gibt es monatliche Challenges von Samsung, mit denen man teilnehmen kann. Die sind im Prinzip immer gleich aufgebaut. Die Challenges sind immer so aus, dass wir über einen Monat verteilt. Das heißt, diese Challenges gelten immer einen Monat. Das heißt, das war jetzt die für den Februar. Da gibt es immer kleine Meilensteile unterwegs. Hier 30.000, 70.000, 100.000 Schritte. Und dafür kriegt man dann 50 XP. Was die XP bringt, darauf gehe ich am Ende nochmal ein. Und das Monatsziel sind immer 200.000 Schritte zu erreichen. Dann hat man die Challenge abgeschlossen. Und kriegt quasi ein kleines Emblem, was man sich dann im Profilbereich angucken kann. Und wenn man die 200.000 überschritten hat, kommt man auf dieses Board hier, wo man einfach sieht, wie man fällt. Ist zum Rest noch da. Man sieht 10%. Sie haben über 400.000 Schritte geschafft. 30% über 300.000. Und dann immer der, der ganz vorne ist. Der Cheater, der meistens über Millionen Schritte hat, die ja bestimmt richtig gelaufen ist. Aber das ist an der Stelle dann... Darum geht es mir letztlich nicht Erster zu werden, sondern mich motivieren diese Challenges letztlich einfach nur dran zu bleiben und nicht zu wenig zu laufen. Und die für den März ist jetzt quasi auch schon wieder drin. Kann man sich einfach für anmelden. Schritte zielt es immer 200.000. Und am Ende des Monats kriegt man dann dieses Emblem, beziehungsweise dieses Icon, was hier abgebildet ist. Und kriegt das in seinem Profil angezeigt. Wir haben noch den Bereich Fitness. Hier gibt es dann Videos. Und Workouts, die man sich angucken kann. Manche sind kostenpflichtig, manche sind umsonst. Da muss man einfach ein bisschen durchstecken, wenn einem das interessiert. Und wir haben hier für die verschiedenen Trainingsziele. Wenn man Gewichtsabnahme hat, gibt es eine Kategorie. Für den Muskelbauchbau gibt es eine Kategorie. Und dann kann man einfach hier durchblättern. Mal gucken, was einem angeboten wird. Ob das einem was bringt. Das ist wie gesagt im Bereich Fitness. Und dann haben wir noch das Profil. Wo einfach noch so ein paar Bestleistungen. Und die gewonnenen Icons angezeigt werden. Und eben die Stufe, die man erreicht hat. Und wie angesprochen, kriegt man eben für diese Challenges, kriegt man die XP, wenn man Meilensteine erreicht. Oder wenn man es erfolgreich abgeschlossen hat. Und dann steht dann hier die Stufe und die Erfahrungspunkte. Das bringt einem letztlich nichts. Also man kriegt für diese Punkte jetzt kein Goodie oder so. Das erhöht dann einfach nur die maximale Stufe. Und wenn man wissen will, welche Stufen es gibt. Kann man hier wieder aufs i klicken, ein bisschen runter scrollen. Dann sieht man einfach, welche Ränge es gibt. Das heißt, es ist einfach nur so ein bisschen Spielerei halt. Und das zeigt einem so ein bisschen an, wie lang man einfach schon dabei ist letztlich. Das ist irgendwie so. Das bringt einem nichts. Ist halt einfach da. Da haben wir so eine wöchentliche Zusammenfassung für die jeweilige aktive Woche. Wir haben noch einen Bereich für die Bestleistungen. Einen Bereich für Abzeichen. Da gibt es zum Beispiel Abzeichen, wenn man das tägliche Schrittes Ziel erreicht hat. Oder wenn man eine neue Bestleistung erreicht hat. Gibt es hier Abzeichen. Und hier sind diese Herausforderungen, die ich eben schon angesprochen hatte. Wenn dann die Challenge abgeschlossen ist, dann kriegt man diese Auszeichnung. Das ist dann dieses Icon für den Januar, war das hier. Da kann man sich, wenn man da draufklickt und rückwirkend nochmal angucken, wie man für den Stift zu den anderen so dargestellt ist. Also wie gut und schlecht man zu den durchschnittlichen anderen Teilnehmern so war. Und dies gibt es eben, wie gesagt, jeden Monat. Wenn ich jetzt mal auf das letzte Jahr wechselte, da habe ich dann jedem Teil genommen, der es gab. Das heißt, dann hat man dann diese Infos, kann draufklicken und kriegt dann quasi rückwirkend nochmal angezeigt, wie man Verhältnis zu dem anderen abgeliefert hat in dem Monat oder nicht. Und genau, was mir noch einfällt bei der Community, man kann auch eigene Herausforderungen hier erstellen. Kann man, ob man selber, als ich alleine einfach nur herausfordern will, oder ob man das als Team machen möchte. Und da kann man einfach quasi wie diese monatlichen Challenges, die Samsung anbieten, kann man auch selber welche machen, kann dann Freunde einladen und da kann man einen Link erstellen, in dem die Leute beitreten können und kann sich quasi selbst untereinander herausfordern, um so ein bisschen sich zu motivieren, dran zu bleiben. Und was mir dann noch einfällt, rückwirkend beim Thema Schritte, wenn man hier unten auf die Vergleiche meiner Schritte anklickt, dann kriegt man noch einen Vergleich, wie man mit den, in seiner eigenen Altersgruppe und allen dasteht. Wenn man hier draufklickt, dann öffnet sich das, dann sieht man, wie mein Verhältnis zu allen Samsung-Helf-Nutzern, zu seiner Altersgruppe, was bei mir 20 bis 29 ist, dasteht und wie man selbstpersönlich dasteht. Das heißt, dann hat man nochmal so einen kleinen Überblick, wie man so abliefert, beziehungsweise wie aktiv man aktuell so ist. Und das war eigentlich die Samsung-Helf-App, so die wichtigsten Features. Wie gesagt, man kann auf der Home-Seite die ganzen Gesundheitsdaten abfragen und in Detail-Infos zu den Workouts. Wir haben den Bereich Community für Schritt-Challenges, wir haben den Bereich Fitness für Videos und Workouts und den Profilbereich, in dem einfach noch Bestleistungen festgehalten werden, wo man seine eigene Stufe abrufen kann oder rückwirkend die Icons bzw. die Gewinne für die Contests abrufen kann. Und genau, wie gesagt, das bringt natürlich alles nur, wenn man eine Smartwatch hat, weil die Schritte gehen zwar auch, mit dem Smartphone zu tracken, aber alles andere wie Workout, Puls und Stress, das geht natürlich nur, wenn man eine entsprechende Watch hat, die das auch tracken kann. Und genau, das war es dann an der Stelle auch. Ich will das Video nicht unbedingt in die Länge strecken, es ist schon wieder viel zu lang geworden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.